Guten Tag liebe Leute, hier meldet sich Nosch, der Wetterfrosch. Windige 12 Grad hier in Grömitz, bei einem schönen Wetter, am Meer, frische Seeluft. So wie es sich für Hamburger gehört, dann zeigen wir euch mal ein bisschen was von der Landschaft. Wir sind jetzt mittlerweile angekommen, während Tim losgefahren ist, um die anderen abzuholen und wollten jetzt direkt hier an diesem schönen Strand anfangen zu drehen.